So, deutsche Klassiker bewerten. Schwarzwälder Kirschtorte, Arsch, auf 10. Als nächstes haben wir Sauerbraten. Schon nice, aber eher so Mittelfeld. Wiener Schnitzel, ist ja nicht österreichisch, aber wir packen es auf die 1. Das ist fast unschlagbar. Kartoffelsaat, sehr geil, ab auf die 3. Was kriegen wir als nächstes? Sauerkraut. Das ist eine 9. Sauerkraut ist nicht so emotional. Das ist eine geile Beilage, aber nicht so geil. Schweinshaxe, das ist schon irgendwie so ein perverses Gericht. Aber irgendwie ein bisschen geiler als Sauerbraten, würde ich sagen. Weiter geht's. Frankfurter Kranz, alles was Kuchen ist, kann niemals so geil sein wie beispielsweise ein Schnitzel. Donauwelle auch nicht. Komm, Currywurst, ui, auf die 2. Das ist eine würdige 2. Und das letzte, die Brezel. Ja, finde ich fair. So und nicht anders.